So, wolltest du nicht einen Rock anziehen? Einen Schottenrock? Wir haben eigentlich gesagt, du ziehst heute einen Schottenrock schon an. Ich habe keinen gefunden jetzt in der Zeit. Komm, 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 komm. Aber du machst die Haare gleich wieder auf. Ich habe die Haare schön. Ich habe die Haare schön. Sie sehen gerade auch hier unsere Kooperationspartner, liebe Zuschauer, denn wir haben ja hier unsere Glücksbox. Und ich meine, das ist ja schon eine heiße Sache hier. Sie sehen die Telefonnummer eingeblendet. Unsere Leitung ist jetzt geöffnet. Sie dürfen anrufen. Ja, es ist ein Ortsgespräch 089 44 355 355. Sie dürfen jetzt anrufen. Wir schicken den Ali jetzt gleich in die Box hinein. Der wird so viele Gewinne wie möglich versuchen zu sammeln in dieser Zeit. Und dann können Sie nur hoffen, dass Sie irgendwie was Schönes gewinnen hier. Und zwar von den Kooperationspartnern läuft jetzt gerade auch hier schön durch. Nur, dass Sie auch das nochmal sehen, ob das Herz ist, ob das Porter ist, ob das Vergölzt ist, ob das Bauunion ist, ob das Hammer ist. Also da hast du ja gestern schon auch unseren Anrufer auch glücklich gemacht. Und ganz wichtig, also wenn Sie anrufen und wenn Sie dann auch gleich durchgestellt werden zu uns, bitte dann hinterher dranbleiben. Sonst geht Ihnen nämlich der Gewinn wieder flöten. Schön dranbleiben, dann werden Sie zurückgestellt und dann geht gleich die Sache los. Und dann werden wir also jetzt einfach mal warten, bis jemand anruft. Das wird nämlich gleich losgehen. Denn haben wir jemanden in der Leitung? Ja, hallo, hier ist der Adrian. Adrian, Adrian, wo rufst du an? Von wo aus? Aus Jüterbock. Wo ist denn das? Das ist in Brandenburg bei Berlin. Ja, super. Adrian, bist aber schnell durchgekommen, nicht wahr? Ja, zweimal wählen. Hast du die Tage schon mal probiert? Ich habe es schon ein paar Mal versucht, aber da hat es leider nie geklappt. So, jetzt haben wir also die Glücksfee hier, der Ali. Ich hätte ihn jetzt lieber im Schottenrock in dieser Blowbox da präsentiert. Aber ich würde sagen, wir gehen mal rüber. Lieber Ali, genau, lass dein Mikrofon mal hier. Und dann bin ich mal gespannt und hoffe, dass der Ali, ganz sportlich wie er ist, jetzt gleich für den Adrian ganz, ganz viel sammelt. So, genau. Moment mal, machen wir schön dich zu. So, so, jetzt drück mal die Daumen, lieber Adrian. Und bleib vor allen Dingen hinterher dann auch dran in der Leitung. Nicht auflegen, wenn wir dich hier abschalten. Okay. So, jetzt, Achtung, los geht es. Ali, festhalten. Ja, halt alle fest. Halt alle fest. Gut. Hilfig. Halt dich zu sehen. Guck mal her. Ist das cool. Also, Adrian, das war Höchstleistung hier vom Ali für dich. So, jetzt hast du keine Hand mehr frei, oder doch? Doch, den Daumen kann er noch zeigen. Moment, genau, den müssen wir noch nehmen. Im ganzen Stabeln. Guck mal an, also das ist ja wohl jetzt heiß, oder? Das ist besser als gestern Abend, muss ich sagen. Gestern Abend hat er sich noch ein bisschen geziert. Adrian, du hast Glück. Super. Meine Güte, Adrian, jetzt müssen wir aber mal gucken hier, dass wir das mal ein bisschen sortieren. Wir können natürlich jetzt hier nicht alles vorlesen, aber du kriegst alles, was du jetzt hier siehst. Oh, super. Also, ich sehe zum Beispiel hier 25 Euro Reisegutschein von Sonnenklar TV ist dabei. Das ist ja super. Und hier? 500 Sofortpunkte von EDK. Super. Nochmal 500. Nochmal 500. Hey, ein Reisegutschein, nochmal 50 Euro von Sonnenklar. Boah, Klappe. 2000 Sofortpunkte von Sonnenklar. Hey, Hammer. Nochmal EDK 500 Punkte. 500 Punkte. Nochmal EDK 500 Punkte. Von Herz 100 Zusatzpunkte. Nochmal 50 Euro Sonnenklar. Das kann ja wohl nicht wahr sein. EDK 500 Punkte. Nochmal 500 Punkte. Gratis. Fahrzeugcheck bei Vergölz. Oh, gratis Fahrzeugcheck, das ist gut. Von Porta 1000 Punkte. Zusatzpunkte, genau. Dann haben wir nochmal 3000 Sofortpunkte von Sonnenklar TV und 1000 Sofortpunkte von der Brau-Union. Bau-Union. Bau-Union, Entschuldigung. Mein. Also ich würde mal sagen, Adrian, das hat sich aber hier gelohnt, oder? Das hat sich heute gelohnt, genau. Super, ein Tusch für dich, Adrian. Alles, alles Gute. Bleib jetzt in der Leitung, okay? Ja, mache ich. Alles klar. Wir gratulieren. Ciao, ciao. Danke. Sehr, sehr schön. Hör mal, Ali, da hast du aber höchstleistung heute hier gebracht. Mein lieber Mann, der Adrian, der feiert heute Abend. Der hat Glück, ja. Ganz, ganz toll, die halten wir schön hier, denn das wird natürlich dem Arterne zugeschickt. So, jetzt würde ich sagen, du bleibst noch ein Momentchen hier, denn wir haben ja ganz wichtig noch über das Wikingen Infinity Resort & Spa zu sprechen. Sehr wichtig. Sonnenklar ist Partner von DeutschlandCard. Auf alle Reisen von Sonnenklar gibt es bis zu 1000 Punkte. Die Sonnenklar DeutschlandCard erhalten Sie unter www.deutschlandcard.de Die DeutschlandCard – so vielfältig, so attraktiv, so einfach.